Es ist wieder soweit. Die Lebenskraft 2014 öffnet ihre Pforten. Von 27.02. bis 2.03. im Kongresshaus in Zürich. Nutzen Sie die Gelegenheit und verschaffen Sie sich über vielerlei Angebote einen kompletten Überblick. Hier haben Sie alle vor Ort. Ob Sie sich interessieren für Vorträge, Workshops, Präsentationen, allerlei Hilfsmittel, eine große Anzahl von Produkten aus vielen Bereichen, Nahrungsergänzungen, Büchern, Therapien und Beratungen für Ihre Fragen. Ich freue mich auf Sie. Wir sehen uns an der Lebenskraft in Zürich.